Und jetzt kommt das aller-crazyste, in my opinion. Für jede 100 Dollar, Jungs, die wir zusammenbekommen, ermöglichen wir die Ausbildung für eine Person im Gesundheitswesen. Wir können Lives changen heute, Jungs. Alright? Wir brauchen mehr Pflegekräfte. Und wir könnten das changen. Und Milan hat 5 Dollar donated und hat geschrieben, wie viele Pflegekräfte können wir jetzt kaufen? Bro, wir kaufen die nicht. Das ist nicht irgendwie Clash of Clans, Bro. Wir können nicht hingehen und die kaufen. Es ist nicht so, dass man irgendwie ein paar Diamanten da reinpackt und dann hat man irgendwie so einen neuen Bauarbeiter, der jetzt irgendwie ein neues Haus bauen kann oder so. So funktioniert es nicht. Wir kaufen keine Pflegekräfte heute, Chat. Wir helfen, dass Leute ausgebildet werden zur Pflegekraft. Unter anderem. Ab 2K Dollar haben wir Rathaus Level 2. Wir haben mehr Donations, Boys. Was kostet eine Pflegekraft und wann kommt die an? Ralf, danke für die 5 Dollar. Wir kaufen keine Pflegekräfte.